Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich euch vom Mikrobe Lift das Aqua Balance vorstellen. Viel Spass dabei. Mein Name ist Tobi. Seit vielen Jahren begeisterter Terriana, Aquaraner und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Das Aqua Balance ist ein Nitritentferner. Das ist eine spezielle Bakterienmischung auf Sporenbasis. Das beschleunigt den Nitritabbau, baut organische Abfälle ab, verbessert die Wasserqualität. Das Ganze kann man verwenden bei Süß- und Meerwasser. Nitrit kann eigentlich in einem Becken nur entstehen, wenn ihr zu viel füttert oder zu wenig Wasserwechsel macht oder einen zu hohen Besatz habt. Oder irgendwo in eurem Becken kleine Gammelstellen sind, die man nicht häufig genug sauber macht. Oder was natürlich auch sein kann, ist, dass irgendwo vielleicht ein toter Fisch ist oder Abfälle von euren Pflanzen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr da wirklich drauf schaut. Ein Tipp von uns. Ihr müsst wirklich wöchentlich einen Wasserwechsel machen. Das ist wirklich notwendig. Und ihr soll jetzt auch regelmäßig euer Wasser testen. Aber man erkennt einen hohen Nitrit in eurem Becken eigentlich daran ganz gut und sehr schnell, wenn die Fische schnell atmen. Deswegen sagt man immer, oder wir sagen das, man sollte seine Fische schon kennen, dadurch, dass wir sie viel beobachten, wissen natürlich, wie sie sich verhalten und sehen natürlich anhand den Fischen schon, echte Akronianer wissen das, wenn am Wasser irgendwas nicht passt. Zurück zum Produkt. Das Ganze ist ganz cool, weil man kann das Ganze bei vielen Sachen anwenden. Eben bei zu hohem Nitrit, aber auch wenn ihr z.B. ein Medikament drin gehabt habt, da kann man das natürlich auch verwenden. Und was noch sehr cool ist, nach dem Reinigen oder Wechsel der Filtermedien könnt ihr das Ganze auch verwenden, weil man weiß, dass das Nitrit auch häufig steigen kann. Die Dosierung ist 4 Wochen lang, wöchentlich 5ml auf 100l Wasser und die Wartung alle 14 Tage 10ml auf 100l Wasser. Das ist natürlich auch perfekt in Kombination mit Special Blend, weil mit dem Special Blend kriegt ihr wieder eure Bakterien, die ihr braucht in eurem Becken, wieder her. Aber wenn ihr das genauer wissen wollt, dann sucht es einfach in unserem Kanal oder ihr verlinkt es euch hinten. Wir haben auch ein sehr cooles Video über das Special Blend gemacht. Ja, wir sind schon wieder am Ende. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, liken, teilen, abonnieren und bis zum nächsten Mal.